willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir im torsten und ich bin heute mal auf dem tablet unterwegs denn ich habe es endlich mal hinbekommen technik ist immer so eine so eine sache für sich dass ich glaube ich wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen hin und her scrolle also das hat bisher immer funktioniert aber wenn ich jetzt mal auf mein tablet gucken und gucke mir die aufnahme an die farben ich habe die farben endlich hinbekommen ich habe heute mal wieder so ein bisschen mit den farbfiltern gespielt denn das tablet hier kam nie eins zu eins farblich genau so rüber wie ich das eigentlich erwarte beziehungsweise wie man das eigentlich erwarten würde sondern das war immer ein bisschen blasser oder es war viel zu grün oder das braun war war das braun hatte meistens irgend so ein grün stich und das ist jetzt glaube ich relativ weg naja kann man mal so machen aber ihr seht das hier dass wir im klaren deutschland ja doch noch die cwl starten konnten also eine 15er cwl konnten wir immerhin starten und ich hatte auch noch mal aufgerufen im community tab ja so ab rathaus 9 hätte man sich auch sparen können hätte man sich echt sparen können alles viel zu einfach ist leider alles viel zu einfach ihr seht das hier wir hatten hier wirklich leichtes spiel mit roger rabbit hätte ich fast mal so gesagt und haben hier oben sogar noch ein paar sterne liegen lassen aber denn die bases hier sind ja sie sind unterirdisch echt unterirdisch man darf sich da eigentlich gar nicht rüber lustig machen denn manchmal weiß ja nicht warum findet es warum findet man denn in dieser liga so solche gegner und ich glaube wir sind ja die saison vorher sind wir ja abgestiegen und da waren wir auch ähnlich aufgestellt wir haben waren also auch neuner zehner elfer und und dieses mal wir sind nur eine einzige liga runter glaube ich ich meine klar man steigt nicht zwei liegen ab und kriegen dann hier so matchmaking was wirklich unter unter aller ich will nicht sagen unter aller sau ist aber immerhin haben die hier mal klar durch gehabt denn das ist nicht immer der fall und so machte er zeigt dass hier glaube ich ganz gut oder z alex heißt er glaube ich oder so denn es sind einige vom klaren herausforderliche reingekommen ich habe dann auch ein paar über über den discord noch gewonnen so dass wir wenigstens 15 leute sind die spielen können ich habe den einzigen rathaus 8er gefragt ob er mitspielen möchte damit ein paar sterne kriegen kann aber er hat sich nie gemeldet deswegen bleibt die aufstellung so wie sie jetzt ist und dann musste hier auch mal oder dann kannst du hier als elfer halt eine sterne machen ich kann nichts daran ändern so ist leider die liga hier also wie ihr es im titel ja schon gesehen habe alles viel zu einfach dann macht es auch nicht wirklich spaß ihr habt ihr heute mittag die folge gesehen da sind wir ja relativ gut auf augenhöhe mit unserer gesamten liga dort das ist hier überhaupt nicht der fall vielleicht wird es noch anders ich habe ich habe gar nicht auf die webseite geguckt mit was für rathäusern die hier noch antreten aber ich habe zu anfang schon gesehen dass die gegner hier mit rathaus 45 und so in die cks reingehen und ich meine ich habe hier den aufruf gestartet bitte nur ab neun alles andere ist zu low das war das war naja es war unterirdisch ihr seht das hier im unteren bereich brennt überhaupt nichts an und ja weil hier nichts anbrennt kann ich auch einfach mit mit meinem jetzigen account mit dem ich gerade online bin ist egal ich bin mit 39 an im moment die habe ich hier auch geparkt muss ich irgendwas machen ich bin hier der toto nummer 14 und muss hier die 14 machen ja eigentlich tut es mir ein bisschen leid muss ich sagen aber er hat immerhin eine er hat immerhin eine luftabwehr ja und wenn ich jetzt meine queen setze und danach die heiler dann erreicht dieser heiler nichts mehr das ist leider so der gegner hat auch keine clanburg das kommt noch dazu erschwerend für für ihn oder für mich ich weiß es nicht ich habe jetzt die die letzten cks immer nur mit king und queen hier gearbeitet das hat vollkommen gereicht also dass er keine clanburg hat das seht ihr hier ich sitze ich setze da einen bogey und hier geht nichts kaputt aber trotzdem kämpfe ich hier als wenn es um mein leben geht und meine mauerbrecher die setze ich immer ja mal sehen wie weit die da durchgehen ok die gehen auch da dann nehme ich mal hier mein king und dann könnt ihr hier ein bisschen weitergehen vielleicht brauche ich ja doch noch so den ein oder anderen lunen wenn es ein bisschen eng wird von der zeit kann ja sein dass es da ein bisschen eng wird die drei zauber vorbei gleich auch immer so dass das immer jetzt nach kommt dann in meinen truppen für normales passspiel und so naja okay die habe ich da auch schon gezündet dann kann ich die jetzt hier auch zünden und dann müssten das 154 also wenn er mich jetzt troll das macht er aber nicht aber ihr seht schon dass es das ist schon ziemlich was was ich hier was ich hier spiele sehe ich auch ein aber was was soll ich machen das ist jetzt mein spiegel also mein gegenüber und naja ist es auch für mich sehr sehr langweilig also ich hätte auch lieber ein gegner der mich fordert dann müsste ich jetzt oben weiter angreifen aber dann muss womöglichen rat aus 10 dieses dorf hier machen und das wäre jetzt auch ein bisschen doof dass wir auch ein bisschen doof und ja ohne ohne worte ohne worte hier ich kann jetzt einfach noch mal nachträgen das was ich jetzt vor ballert habe dann müsste das eigentlich komplett passen hier in meine meinten in meine truppe mit der ich eigentlich im moment paar spiele nämlich mit der luftruppe aber springe jetzt mal auf ein anderes dorf hier auf dem tablet und dann können wir da auch noch noch mal so ein leben angriff machen so leid es mir tut leute so oder later der zweite account von mir auf wem bin ich jetzt auf dem chef koch okay auf dem chef koch da mache ich das gleiche da habe ich auch die heiler dann dort die vielen mauerbrecher dort und dann baue ich das genauso nah ist halt aber was willst du machen was willst du machen ich umhalte euch das einfach nur fest chef koch macht ihr die 12 schon mal ein rathaus 7 also der ist oder ist auch schon mal ein bisschen besser hat aber auch keine klanburg und so kann ich den einfach ganz quietsch fidel hier an angreifen ich habe sogar ich habe sogar klanburg truppen was habe ich denn da drin ok ein paar lunds habe ich da drin und dann hat er auch noch so ein dorf wo man hier so die ecken alle so machen kann ohne beschuss ich meine da gibt es ja viele dörfer so ist es ja nicht der vierer king hier der stört mich jetzt auch nicht wirklich und da hat der minenwerfer gerade geschossen meine mauerbrecher gehen da durch wunderbar und dann kann ich hier an einer anderen front sicherlich mit meinem king schon mal ein bisschen aufräumen mal sehen mal sehen ob hier king und queen jetzt mal wirklich auch für dieses rathaus 7 erreichen denn hier ist es schon ein bisschen mehr in der base 2 minuten 20 hier schon etwas mehr in der base und ich nehme mein king dann habe ich hier noch ein barbaren drin die nehme ich noch mal in wut hier mal gucken vielleicht nehme ich doch noch mal doch noch ein magier ich glaube ich brauche noch ein magier mit dazu denn das wird mir von der zeit her glaube ich ein bisschen zu eng sonst schaffe ich das hier nicht mit der truppe hier oder brauche ich doch noch einen lund auch guck mal mein mein king bekommt ganz guten beschuss da und jetzt auch meine meine queen hier in der mitte aber 148 hier guckt auch keiner zu hier sind nämlich die leute im clan auch so ein bisschen arg gelangweilt so nach dem motto naja das sind ja jetzt keine gegner dann kommen die nur einmal pro tag online hier und dann war es das na was willst du machen was willst du machen muss ich doch noch versetzen 130 hier ane ich muss nichts mehr setzen das reicht auch wieder oder klinger hat immerhin mal ein bisschen beschuss gekriegt und jetzt gehen die alle nach da er kommt mich selbst einmal ein luna schade das gemacht okay die bogenschützen hat das gemacht alles klar okay dann habe ich den nun jetzt umsonst gesetzt ist aber nicht so schlimm ja so so sieht das hier so sieht das hier leider aus ich habe im laufe der woche hier also in laufe der im laufe der laufenden klankriegswoche schon einiges gesehen und einiges erlebt aber so was halt noch nicht 9 14 das ist ein bisschen viel da denn eigentlich habe ich hier immer 33 von denen und sieben von denen das heißt ich habe im moment hier einen loon zu viel aber was habe ich denn eigentlich zu wenig 16 das ist der magier ich habe den magier hier zu wenig und ich glaube den rest kann ich jetzt nach trainen müssen das wieder ane 405 5 da ach nee ich habe irgendwelche verspende glaube ich glaube ich glaube ich habe ein paar verspendet die kommen jetzt nach wunderbar passt so ja leider ist das hier so und last but not least nimmt nehmen wir auch den dritten wir nehmen auch den dritten mit rein kurzer cut bin gleich wieder da den habe ich schon lange gesehen den habe ich schon länger nicht gesehen den barfuß hier und der barfuß keine klankriegstruppen das natürlich müffig dann muss ich mir eben mal ein dorf laden was klankriegstruppen hat kommen wir nehmen an toto hier was klankriegstruppen hat denn ich will nicht ohne cb losziehen also ich will mir jetzt nicht nachsagen lassen der toto ohne cb geht ja gar nicht ist ja no go und stimmt mache ich auch nicht mache ich auch nicht habe ich mit dem heute schon was gemacht nein muss ich also noch ein bisschen was tun aber ich will in jedem fall meinen ck eingriff machen im moment mache ich meine ck eingriff heute mittag schon im video gehört immer ganz ganz früh denn ich muss hier jetzt auf das was hier kommt muss ich ja nicht 100 stunden warten denn wenn ich die ganze zeit nur ratos 7 machen kann oder oder noch kleiner dann macht dann macht mir das keinen spaß und ich denke mal naja okay ein gift brauche ich jetzt auch ich brauche jetzt nicht unbedingt ein gift den baue ich mir aber trotzdem nach zum spenden denn ich glaube ich bin alleine im clan ja zwei von 21 ok da bin ich mal alleine ist ja nicht so schlimm naja ja 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 man 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 okay so dann gucken wir auf die karte wo muss ich was tun mit dem schief hier schief barfuß sein spiegel gegenüber ist auch ein rathaus zähne ok dann machen wir den mal da muss schon ein bisschen mehr machen da der hat ein bisschen was in den ecken hier und er hat da oben die eine luftabwehr da unten ist der king mal nehmen wir mal mit mal sehen ob man king nicht irgendwo anders weg bekommen aber ich würde sagen die lager hier 123 jetzt macht jetzt macht die queen da oben hätte ich ein bisschen höher starten lassen sollen macht jetzt da oben dass die bauhütte leider nicht okay ich nehme mir wieder meine neuen mauerbrecher die gehen ja mal ganz komisch jetzt geht meine queen wahrscheinlich ganz komisch annehmen meine queen geht noch den richtigen weg dann nehme ich hier den king mit rein und meine mauerbrecher sind auf jeden fall schön weit gekommen dann nehmen wir mal 1 2 und hier hinten noch den den bogenschützen hier rein ok muss ich ein bisschen mehr bisschen mehr speed haben an der stelle ja ok ich habe ja auch etwas höhere helden als mit dem chef koch also ihr seht das auch der king hier kriegt jetzt nicht so wirklich viel beschuss vielleicht mal gucken vielleicht muss ich hier unten doch noch ein gift ich habe gar kein gift ich habe kein gift dann nehme ich hier noch den mager zu warte mal so die dicke bombe da die dicke bombe da das war schon ziemlich heftig gerade und der king alter ist hat mein king es hat mein king doch erledigt also rato 7 base hat es denn doch zerrissen hier 139 dann immer hier noch noch mal den mit rein und wir haben jetzt nur noch nur noch dort was jetzt muss ich hier echt dran donnerwetter ok also ganz so einfach ist denn doch nicht ganz so einfach ist denn doch nicht dann immer hier einen hund 1 2 3 1 2 3 1 2 und das müsste aber jetzt reichen oder das muss reichen eine minute zwölf ich wollte jetzt nur ganz sicher gehen leute nicht dass ich dir hier jetzt ein fehl hin lege wie im anderen video aber dennoch abgesehen king war weg für ihn natürlich immer voll in heilung aber trotzdem sehr leben eigentlich meist so was nicht gerne ich meine man hätte jetzt auch sagen können wissen was wir schenken den wir schenken dem dem klan hier das was er jetzt gerade macht kann ich die komplett nach train wir schenken dem klan was was er gerade macht denn auch hier im oberen bereich brennt im moment gar nichts an den hat er zeigt hier gemacht das war aber noch aus dem anderen ck don't attack me ich muss hier ganz bewusst ein bisschen höher gehen denn hier unten werden wir alles dreiern also das wird auch an der stelle hier so eine art perfekt war werden vermutlich und hier haben wir mal zehn gegen zehn ich meine ok das ist eine 10er base aber es ist ein kleiner engine account also hat keine inferno türme noch nicht wenn er dann mal auf elf geht dann muss er welche bauen das haben wir jetzt oder dass das habe ich in dieser woche auch zuhauf beobachtet dass ich auf dörfer oder dass ich dörfer sehe die jetzt gerade so selbst rat auf zwölf dörfer mit level 1 infernos das heißt also die waren ganz ganz lange eng und jetzt auch auf elf noch ohne ohne in adler und wenn sie natürlich auf zwölf gehen dann müssen sie die dinger bauen und dann hast natürlich sowas hier was ihr jetzt gerade hier vor euch seht so wie der kollege hier jetzt keine ihr müsst jetzt mal gucken wie weit die skills kill spot kommt denn ihr seht das hier da ist schon ein stern und er kommt jetzt irgendwo glaube ich von hier oben mit den hocks meine hier über diese flanke hier mit den hocks rein aber hat jetzt schon mal fast zwei sterne nur mit dem ks geholt hier also die bases sind dann auch noch nicht so optimal aber auch ohne clan wo kann es natürlich ganz ganz anders plan du musst einfach nichts du musst eigentlich gar kein gift mitnehmen außerdem gibt es die helden vielleicht aber du musst halt nicht aufpassen dass sich irgendein elektro drache aufhält oder dass dir nun entgegen kommt er dann auf ploppt oder auf platzt du musst einfach an gar nichts denken du kannst einfach deine truppen schicken und gut ist aber trotzdem materiale fast fast alle heil zauber genommen aber rathaus 10 der jonas hier mit 31 und 25 auch noch rathaus 9 niveau helden ist ja jetzt nicht so okay das weckt er noch ist jetzt noch nicht so stark das weckt aber noch mal ein heil und ich habe immer so kleine aussetzer hier in der aufnahme das liegt aber an mir dass ich mal wieder eine tastenkombi gedrückt habe die die aufnahme kurz stoppt hier ist nicht so schlimm sollte mal so eine zweite folge sein hier aus dem klaren deutschland dann habt ihr auch mal ein bisschen was anderes gesehen wie es so gehen kann aber wenn ihr auch sowas erwischt habt schreibt mir es ruhig in die kommis also wenn euch das auch viel zu leicht vorkommt und ihr habt da geplant ohne ende so nach dem motto wir müssen hier voll das ding reißen und wir müssen voll die Rathäuser haben ihr seht ja unsere Rathäuser wir sind hier oben 3 11er dann haben wir ein paar 10er und ab Nummer 10 hier 5 9er dann nochmal sind im Moment etwas abgeschlagen ganz ganz oben aber wir sind auch davor glaube ich lass mal gerade gucken ich gucke mal ich meine wir sind davor hier mit diesem clan abgestiegen warlock ah ne wir sind aufgestiegen in gold 2 ok da sind wir mal abgestiegen in gold ne wir sind abgestiegen da und da aufgestiegen ok wenn wir jetzt wieder aufsteigen dann könnte es mal wieder dann kann ich mir vorstellen dann passt das wieder dieses gefüge hier aber im Moment in dieser CWL hier passt das gefüge leider nicht ich hoffe das war jetzt nicht ganz so schlimm dass ihr so so lahme Sachen bei mir gesehen habt aber so ist es nun mal vielleicht habt ihr das ja selber schreibt es unten rein ich wünsche euch noch eine schöne Woche bis dahin euer Toto bis dahin euer Toto